Ich sag jetzt nochmal was zu Corona. Ich habe eben bereits ein 8-minütiges Video aufgenommen, aus der hohlen Hand, meine Gedanken geäußert, möglichst geordnet und jetzt kommt gleich ein zweiter Teil hinterher. Ich bin ein Statistikfreak, das heißt ich habe echt Spaß daran, mir Statistiken anzugucken. Ich tue es oft und ich bilde mir ein, ohne Statistiker zu sein, ich bin auch kein Statiker übrigens und auch kein Logiker und kein Logistiker, trotzdem erlaube ich mir eine eigene Meinung. Also, Statistiken. Ich gucke mindestens jeden Tag fünf Stück an. Die kommen mir durch RSS-Feed ins Haus geflogen, die, die ich interessant finde, gucke ich mir an. Dazu gehören regelmäßig Statistiken des Bundesamtes für Statistik, des Datis und da war vor ein paar Tagen was dabei, dass rund 800.000 Menschen sich in stationärer Pflege befinden. Dazu gehören also Altenheime, Pflegeheime und so weiter und die Menschen sind dort dauerhaft, weil sie zum Beispiel bettlägerig sind oder intensivmedizinische Betreuung bedürfen, dement, was auch immer. 800.000 von 80 Millionen, etwas abgerundet, ist 1%. 1% der Bevölkerung lebt in Alten- und Pflegeheimen und kommt dort in aller Regel nicht raus. Diese Menschen sind definitiv schutzbedürftig und dazu kommt Personal. Ich habe keine Ahnung, wie da die Betreuungsquote ist. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht 1 zu 1 ist. Vielleicht auch nicht 1 zu 2. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich rechne einfach mal großzügigerweise noch 1% dazu. 1% Pflegebedürftige und 1% Pflegepersonal. Also 1,6 Millionen. Das ist auf jeden Fall erstmal eine Hausnummer. 2%. Dann gibt es natürlich noch viele alte Menschen, die ganz normal zu Hause leben, auf dem Dorf, in der Stadt und auch die sind teilweise gefährdet. Die sind erwachsene Menschen. Die können entscheiden, ob sie vor die Haustür gehen oder nicht. Manche können sich vielleicht nicht leisten, jeden Tag eine Tiefkühlpizza zu bestellen. Ich weiß es nicht. Es gibt sie und sie sind erwachsene Menschen und sie können Entscheidungen treffen für sich selber, inwieweit sie sich schützen. Dazu müssen sie wissen, wie sie sich schützen können. Das ist für mich Aufgabe des Staates. Die Menschen, alle Menschen in Deutschland nicht nur aktiv zu schützen, sondern sie in die Lage zu versetzen, eigene eigene Meinung zu bilden, um sich dann gegebenenfalls selbst zu schützen. Wer ist noch gefährdet? Lungenkranke Menschen. Auch die wissen in aller Regel, wenn sie Erwachsene sind, sowieso, dass sie gefährdet sind, treffen die entsprechenden Maßnahmen. Eltern von Kindern, die gefährdet sind, also die Kinder sind gefährdet, die Eltern haben es zu entscheiden, die treffen die Entscheidung für ihre Kinder. So stelle ich mir erwachsene Menschen, verantwortungsvolle Menschen vor. Und dann gibt es noch die Menschen, die nicht wissen, dass sie gefährdet sind, weil sie Raucher sind. Ich bin Raucher, ich bin also theoretisch auch gefährdet und dies tatsächlich erwischen könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Entscheidung, ob es mich erwischt, die treffe ich nicht, aber ich werde mich ganz sicher nicht in meiner Bude einsperren lassen, weil irgendjemand anders meint, er müsse meine Mami spielen. Denn meine Mami ist seit 21 Jahren tot und mein Vater seit 19 Jahren. Ich bin ein erwachsener Mensch und ich will meine eigenen Entscheidungen treffen. Und solange ich nur mich damit gefährde, hat mir da gar keiner reinzureden. Wie ich im ersten Video schon gesagt habe, ich halte mich an die Isolation, weitestgehend, außer Supermarkt und mal spazieren gehen ist nicht. Ich meide jede Menschenmenge, ich wasche meine Hände, ich tue alles, was die Regierung im Moment von mir verlangt und ich empfehle es auch jedem anderen. Aber mich dauerhaft als erwachsener Mensch entmündigen zu lassen und mir meine Grundrechte nicht nur einzuschränken, sondern längerfristig wegzunehmen, das geht gar nicht. Das könnt ihr einfach mal knicken. So, also, es gibt einen Teil der Bevölkerung, der muss geschützt werden. Die, die es nicht selbst können, die müssen vom Staat und Krankenhäusern, Pflegediensten geschützt werden. Es gibt viele Pflegedienste oder Pflegedienstmitarbeiter von der Intensivpflege, die sind tatsächlich mit ihren Pflegebedürftigen, mit ihren Patienten, haben sich mit denen in Quarantäne begeben. Hut ab, Respekt, mein Dank, super Sache. Ich weiß nicht, wie lange ihr das durchhaltet. Auch da hat der Staat dafür zu sorgen, dass es ausreichend Personal bzw. Schutz für dieses Personal gibt. Heiko Maas, unser Bundesjustizne, Bundesaußenministerdarsteller, hat tatsächlich Ende Januar, Anfang Februar noch Masken nach China mit dem Flugzeug schicken lassen und hat sich dafür feiern lassen. Und offensichtlich hat er nicht in den eigenen Keller geguckt, um zu sehen, dass da nichts mehr für uns übrig bleibt. Aber Selbstdarsteller auf die Schulter klopfen, super. Also Außenminister, Fehlanzeige, die Justizministerin mit ihrem Tun oder Nicht-Tun, Fehlanzeige. Gesundheitsminister, Fehlanzeige, Wirtschaftsminister, Fehlanzeige, Bundeskanzlerin, abgetaucht. Ja, hallo. Und dafür enteiern sich Parlamente, damit keiner irgendwie mehr eine Entscheidung trifft? Also unsere Gesellschaft ist meiner Meinung nach in eine kollektive, in einen kollektiven Wahn, in eine Massenhysterie verfallen und ich nehme mich da gar nicht aus. Aber irgendwann bilde ich mir meine Meinung und dann muss ich sagen, dann darf man auch anderer Meinung sein. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich selber schlau zu machen und nicht dieser Qualitätspresse hinterher zu rennen, die jeden Tag nur neue Fallzahlen nennt und regelmäßig es unterlässt, mal nachzurecherchieren, wie viele Menschen überhaupt infiziert sind. Mit den Zahlen, die tagtäglich durch öffentlich-rechtliche Medien, durch die Zeitungen gehen, durch die sogenannte Mainstream-Presse, kann man nichts anfangen. Es sind komplette Müllzahlen. Also, die Opposition ist weitestgehend untergetaucht, die Presse macht ihren Job nicht, die Parlamente weigern die Arbeit und die Regierung ist schisshasimäßig. Lieber sperren wir euch alle ein, als tatsächlich Maßnahmen zu treffen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. So müsste Politik aussehen. Politiker haben Verantwortung zu übernehmen. Und zwar für die gesamte Gesellschaft, für die Staatsbürger und die, die sich hier noch aufhalten. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie falsch in ihrem Amt. Amen.